So, da bin ich schon wieder zurück mit dem nächsten Leak und das von den Sexy Nutella. Einige werden sie bestimmt kennen. Das Problem ist, auf Twitter ist sie jetzt gesperrt. Oder sie hat einen Account wiederbekommen, weil die Leaker wurden an sich ein bisschen härter herangenommen. Weil ich denke mal einfach, dass Fortnite oder Epic Games generell nicht will, dass halt alles geleakt wird. Aber wie man sieht, Steam macht immer noch weiter. Um Gottes Willen habt ihr auch vollkommen recht, weil wir wollen natürlich auch so schnell wie möglich wissen, was kommt als nächstes. Klar, wir werden auch gerne überrascht, aber wenn wir es natürlich vorher wissen, ist es natürlich doch irgendwie besser. Also, wir bekommen auf jeden Fall das Marshmallow Bundle wieder zurück und Major Laser Bundle. Und ihr wisst ja selber, wir hatten jetzt die ganze Zeit so das Thema mit Travis Scott. Der soll ja am 30. April, also er hat am 30. April Geburtstag. Aber wir denken ja, er kommt eher nicht zurück. Weil ich habe immer gesagt, guck mal, Marshmallow kam auch nicht zurück, wo das Event war. Ja. Ihr seht ja, was da links ist, ne? Das Marshmallow Bundle. Wir gucken mal gerade nochmal rein, was genau drin war. Weil die Pickaxe davon hatte ich. Und ich habe die so gefeiert, die Pickaxe. Das war halt noch mit meinem alten Account. Und das bekommen wir halt wirklich alles in dem Bundle. Wie teuer das genau ist, kann natürlich nicht gesagt werden, weil Epic Games natürlich da selber ihre Preise macht. Also, die einen V-Bug ist nur ein Platzhalter. Das ist das Major-Paket. Das feiere ich selber nicht so. Also, ganz ehrlich. Da bin ich wirklich, wenn eins von den Paketen, dann definitiv Marshmallow. Aber dann auch, glaube ich, das ganze Ding ist einfach geil. Also, Marshmallow war schon nice damals. War gefühlt so. Ich weiß nicht, wie ihr damals Marshmallow empfunden habt. Aber das Event damals für Marshmallow war halt wirklich so wow. Weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich mich nicht irre, war das eins der ersten großen Fortnite-Events, die in dem Ausmaß stattgefunden haben. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wie habt ihr das gefunden? So. Aber das soll es eigentlich auch schon mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, die zwei Bundles werden uns in Zukunft erwarten. Mal gucken, ob da ein gewisser Travis Scott auch noch dabei kommt. Lassen wir uns einfach überraschen. Und in diesem Sinne, euch noch viel Spaß. Ich weiß, heute kommen viele Videos. Aber ich will euch natürlich auch nichts vorenthalten. Und in dem Sinne, haut rein.